Guten Morgen zum nächsten Türchen und hallo zum Start der Zeit, wo langsam die Stimmung von Weihnachten und von Winter und whatever, ja man merkt, wie positiv ich da gegenüber eingestellt bin, auch eingeführt werden muss. Ob es nun in einem Bereich wie Schule oder beim Arzt oder bei einer Präsentation beim Orion Shop eingeführt wird ab sofort, dass es um Geschenke geht und um Liebe. Ach Leute, ich habe keine Ahnung mehr. Es hat nichts damit zu tun, dass ich negativ bin, aber ich versuche, ich versuche jetzt die weihnachtliche Stimmung anzunehmen, auch wenn es ein bisschen mit Gewalt und mit Druck eingeführt wird bei mir. Ähm, so dass ich eigentlich lieber im Bett liegen möchte und weine und sage, die Geschenke waren es nicht wert, die Geschenke waren es nicht wert. Aber dann kommen wir halt jetzt zu diesem Elf. Der zwei, 2020, ja das ist noch gar nicht mal so lange hin. Ganz schon unheimlich, wenn man darüber nachdenkt. Wow, 2020 haben wir bald. Und er ist scheinbar krank. Keine Ahnung, er hat sich auch, er hat sich Augenbrauen auf die Mütze gemalt. Egal. Auf jeden Fall spielt er mit Feuer und ist behindert. Das ist natürlich super für die. Das ist gut für Leute, die vielleicht einen geistig Behinderten in der Familie haben, jetzt ohne böse zu wirken. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für Stimmung das bringt. Okay, es bringt Stimmung. Wir stellen uns einfach vor, euer... Nein, Geistig Behinderte schnief nicht so. Ist egal. Auf jeden Fall hat er sagt er LOL. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Er sagt LOL. Feuerzeug. Äh, nicht Feuerzeuge. Seht ihr? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er hat nämlich einfach nur Streichhölzchen angezündet. Und ich denke mal, er ist gar nicht blöd, sondern er mag einfach sehr das Mädchen und die Streichhölzer. Dieses sehr traurige, emotionale Märchen. Ist kein Märchen. Diese Wintergeschichte. Und die hat er nachgespielen wollen. Aber Santa ist scheiße und hat überall Dynamit versteckt. Und deshalb ist jetzt alles explodiert. Wer wundert sich? Huch, dabei wollte ich doch nur ins Feuer gucken und die Stimmung auf mich einwirken lassen. Aber alle Geschenke fliegen weg. Natürlich, die gehen nicht kaputt, weil die Verpackung ist feuerfest, explosionsfest. Warum verpacken wir eigentlich noch Geschenke, wenn das die Elfen machen? Und sind die Elfen nicht eigentlich Sklaven? Egal. Nein. Gute Stimmung. So, die Musik macht es nicht besser. Auf jeden Fall fliegen jetzt alle nach oben in die Luft. Und, äh, oh, Santa ist böse. Hey, damit wollte ich die Welt erobern. Ey, weil Santa ist, ähm, was ist eigentlich Inuit? Was ist eigentlich Santa für eine Rasse? Weil er sieht nicht weiß aus? Ja, eher asiatisch. Oder irgendwas im Osten? Ne, ein bisschen asiatisch. Scheinbar ist Santa irgendwas chinesisches oder sowas. Und dann sagt der Elf halt, meine magischen Streichhölzer haben die Geschenke ärgerlich gemacht. Und sagt, ah, du bist, ähm, sagt, ah, du kleines Idiotenkind, warum habe ich auch mit meiner Schwester geschlafen? So. Und wir spielen nach langer Zeit jetzt, äh, Rocket Center 2. Und ich sage euch jetzt schon mal, das müsst ihr selbst spielen. Denn es ist wahrscheinlich, also wenn ich es richtig gesehen habe, ein Upgrade-Spiel. Und Upgrade-Spiele sind so spaßig. Und vor meiner Tür redet die ganze Zeit jemand. Und, äh, wenn ihr das hören könnt, dann interessant. Äh, ich kann es nicht hören, weil die Musik jetzt weg geht. Jetzt kannst du hören. Egal. Oh mein Gott, ich brauche irgendwas Schneemäßiges. Ich, morgen das nächste Türchen mache ich irgendwas richtig passendes zu Weihnachten, okay? Also richtig schön. Jetzt spielen wir Rocket Center, weil Center scheinbar tief fallen kann, wenn die Rocket... Wie immer, diese Spiele gibt es so viel auf dem Handy. Auch wenn ihr es nicht online spielen wollt, auf dem Handy. Das sind Upgrade-Spiele. Ihr fliegt nicht weit, äh, sammelt die Sachen ein, baut, macht euch stärker. Das ist wie ein Rollenspiel in Höhe hochkommen. Und das ist nicht unbedingt mein Lieblings-Upgrade-Spiele, weil ich relativ schnell gelangweilt werde. Aber andere Upgrade-Spiele mag, liebe ich. Upgrade-Spiele sind toll. Ach ja, ich hätte gern ein City-Upgrade-Spiel. Sowas gibt es nicht. So. Eigentlich ist es voll einfach. Wir schießen ihn einfach. Äh, das war total dumm. Wir schießen ihn nach oben und dürfen einmal einen Boost nehmen. Und deshalb spiele ich es nicht gerne. Immer dieses Runterfallen nervt ein bisschen. Und ihr habt gesehen, rechts... Ja, ja. Hier, wir müssen bis nach oben kommen. Aber eigentlich geht es nur darum, die Geschenke einzusammeln, oder? Und jetzt können wir zum Beispiel Center pimpen. Ja, eigentlich nur... Oh, die Musik ist geil. Hm. Da hat jemand ein Spiel einfach mal so gemacht und will nicht mal Geld. Wie machen die eigentlich Geld? Das sind keine In... Äh... More Money for Free. Die wollen eigentlich nur Klicks und Werbung. Flash-Games sind besser als, äh, Handy-Games. Handy-Games sind scheiße. Handy-Games sind wirklich vom Teufel gemacht. Okay, das Hauspack ein bisschen jetzt gerade. War jetzt nicht so ab... War nicht so, äh, gedacht. Aber egal. Center und Canon. Wir können zum Beispiel hier... Wir haben nicht genug Geld. Aber wir können Helm und Canon upgraden. Oder das mehr, äh, mehr, 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 die Musik ist so toll. Die Musik ist so toll. Entschuldigung. Ich kann jetzt einmal nicht mehr. Lass uns ein bisschen... Lass uns ein bisschen genießen, die tolle Musik. Ich liebe Remixes. Ah, es hört sich so an wie ein guter Nachfolger von Kevin Lyons zu Haus. Äh, äh, zwei war sackisch. So, äh, so. Mehr Benzin. Holen wir uns, dass es mehr, mehr erscheint. Und jetzt... Spielen wir. Und ich glaube, ich muss... Wo muss ich denn drücken? Was ist denn gut? Naja, auf jeden Fall haben wir hier ganz viel Geld in der Luft. Mein Gott, warum ist Geld in der Luft? Ich habe mal ein anderes Spiel gespielt, wo du dir runterfällst. Den kannst du noch einsammeln. Das ist ganz gut. Ähm... Hier fällt er einfach... Übrigens fällt er nicht tief dann. Hat alles Vor- und Nachteile. Nein, ich will mein Gemüse nicht essen. Santa, ich mag dich nicht mehr. Halt die Fresse. Magic Boost. Und relativ, irgendwann nervt's. Warte mal, wann muss ich dann drücken? Ah, perfekt, wenn's oben ist. Okay. Ah, man kann X-Mas machen. Ah, ich verstehe. So, und so nach und nach sammelt ihr Geld und... Und... Ich verstehe aber, warum sowas auf dem Handy besser ist. Weil wenn man's nebenbei einfach so mit drücken... Du brauchst nur eine Taste. Schaut, ich zeig auf etwas. Ja, dankeschön. Und ähm... Es gibt zum Beispiel, wie heißt das? Nightmare Tower. Das ist ein richtig heftiges Spiel. Das gibt's auch bei... ähm... Steam, glaube ich. Das wäre zum Beispiel auch sowas. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Oh, fuck. Ja. Ich hab euch nicht gelostet. What the fuck war das? Okay, weil ich hab X-Mas und durfte noch ein bisschen weiter. Ähm... Ja, verstehe ich jetzt nicht. Wenigstens gibt's hier nicht... Oh mein Gott, was passiert hier? Ich drück doch nur. Blödes Spiel. Entschuldigung. Man drückt so schnell auf die Werbung. Dann öffnet sich die Seite von denen. Ah, wir dürfen einmal auf gut Glück hier spielen. Natürlich. Wirklich. Wie viel Pech kann ich haben? Das gibt mir nicht die Stimmung auf eine gute Zeit, wenn er furzt. Leute, was mach ich? Okay. Gibt aber sehr viel hier. Ah, man schaltet neue Sachen dann frei im Shop. Das hat sehr viele tolle, coole Sachen. Und Rolf sieht sehr gefährlich aus. Ich hab Angst. Aber... Ich existier gar nicht. Ja, aber ich hab aber noch nicht genug Geld. Aber ihr seht, man kann ziemlich viel machen. Ich will jetzt nochmal ein Upgrade kaufen. So... Ist das eigentlich eine... Äh... Was heißt das? Ist das eine kleine... Wow... Ist das eine Kritik daran, dass Weihnachten eigentlich nur... Dass es nur um Geld geht? Vielleicht... Du hast gewurzt! Er hat gefragt so... Wer hat gewurzt? Du! Okay. Äh... Speed oder... Center Speed? Oder am Anfang den Speed. Ah, so viel Speed. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schlucken kann. Wir machen mal die... So besser. Ich weiß gar nicht, wann man drücken soll. Ich drück doch nirgends hin! Wo ist bitte die Werbung? Seht ihr, wo ich hinklicke? Ja, ihr seht's. Ich hab angemacht, dass man seht, wo ich meine Maus habe. Das ist nicht... Und das hättest du noch einsammeln können. Die Stimmung wird nicht besser. Ich drücke gar nicht darauf. Ja, ja, Rudolf. Ja, und das ist auch nicht mehr lustig jetzt. Ich kipp mich alle mal. Alle doof. Und wo ich mir mehr Tokens... Dann muss Weihnachten halt ausfallen. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid für euch. Aber das habt ihr euch auch noch selbst zuzuschreiben. Warum wollt ihr auch unbedingt Weihnachten... Oh, guck mal! So nah und doch so fern. Und warum gibt es so viele Spiele davon? Es gibt die auch nach rechts. Ich glaube, das allererste war so ein Anime-Spiel. Das wurde vor ein paar Jahren ziemlich bekannt. Und das war wohl... Das ist einer der ersten. Und davon gibt's ganz viele. Da gibt's viel bessere aber jetzt schon. Also, das Problem ist... Du kannst... Jaaa... Du kannst eine ganze Nacht damit wirklich verbringen. Und... Äh... Es macht... Es macht schon ziemlich... Es macht schon ziemlich... Ah... Ja... Äh... Süchtig. Ich hab doch... Habt ihr gesehen? Drückt am besten nur unten. Guck mal hier. Das ist scheinbar... Hier irgendwo... Das kann doch nicht wahr sein. Ich mach jetzt noch einen Stern und dann höre ich auf. Ich hab keinen Bock mehr. Santa suckt! Nein! Halt die Fresse! Geh zurück zu deinem... behinderten Kind. Es ist unfair für alle Behinderten. Geh zurück zu deinem... dummen Kind! Das ist... Na, das ist gemeint für die meisten Leute. Die meisten Leute haben dumme Kinder. Hm... Was machen wir jetzt? Wie machen wir das jetzt, dass alles besser wird? Airfriction runter machen. Ja, hier. Natürlich. Wir tun mehr auf deinen... Auf deinen Helm rauf. Sodass... Es weniger Luftwiderstand gibt. Das macht Sinn. Nein, es ist ein gut gemachtes Spiel. Es ist einfach nur... Äh... Die Werbung nervt. Es gibt eigentlich gar keine Werbung. Es ist einfach nur... Und das nächste ist ja vielleicht... Mehr Geld. Es ist halt wirklich rollenspielmäßig. Wenn er wenigstens auf die Elfe rauffallen würde, weißt du? Ho, 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 ho! Ui! Oh! Was hab ich gesagt? Geld. Ja, irgendwann weiß man, wie das Spiel funktioniert. So. Heißcore hab ich immer noch nicht geschafft. Nein, meine Hausaufgaben können mich mal. So. Jetzt erscheinen... Mach ich zweimal. Und jetzt gucken wir mal, ob sich das gelohnt hat. Weil... So. Seht ihr? Seht ihr? Und damit haben wir auch dann viel mehr Geld fürs nächste Mal. Die Investition ist also für später ganz gut. Wirklich spielen? Nee! Nee! Ich hab nicht... Okay, okay. Ganz weit unten bleiben. So was ist für mich wirklich auch bei anderen Spielen ein Grund nicht weiter zu spielen. Wenn irgendwas so sehr nervt. Frage des Türchens. Welches Spiel findet ihr eigentlich ganz gut? Habt ihr aber aufgehört, weil ihr einfach frustriert wart durch irgendeine Sache? Es kann am PC sein, kann eine Konsole sein, am Handy, ist vollkommen egal. Kann sogar ein Brettspiel sein. Habt ihr irgendein Spiel, das ihr einfach so nervtötend... Also eine Sache so nervtötend fandet, dass ihr nicht weitergemacht habt? Und davon hab ich einige. Auch sehr viele Konsolenspiele. Ob es nur auf dem DS oder auf dem Playstation 2 oder sowas ist. Ich hab ja die neuen Konsolen nicht, weil ich umgestiegen bin auf PC. Aber, ähm... Wirklich. Auch auf dem Super Nintendo. Da denkt man sich so, ah, eigentlich eine gute Idee und eigentlich möchte ich durchspielen. Aber ne, ich werd hier noch super sauer. Und das ist einfach zu scheiße umständlich. Ja. Hatte ich sogar mal bei einem Rätselheft. Wollte ich wirklich gerne machen. Bloß, äh... Eine Sache da drin... Na, ist egal. Auf jeden Fall gibt's sowas. Und ich würde gerne wissen von euch. Ja, tut mir leid. Die Stimmung ist im Arsch. Ähm... Wie auch Santa. Gutes Endbild. Santa ist tot. Weil er einfach versucht hat, den Himmel zu erreichen. Tja, Icarus. Da hast du wohl nicht drüber nachgedacht. Und, äh... Bist jetzt ertrunken. Überlegt mal. Icarus ist irgendwo... Das Skelett von Icarus ist irgendwo auf dem Meeresboden. Wenn man drüber nachdenkt, dass... Sagen wir mal die Skelette... Naja, irgendwann werden Skelette zu Ölen, ne. Aber es dauert ganz schön lang. Und die werden bedeckt. Aber wenn man überlegt, wie viele damals... Auf See gestorben sind... Irgendwo unten ganz tief im... Im Meer... Oder unterm Sand, da wo du badest... Sind Skelette von Menschen, die ertrunken sind. Mit diesen wunderschönen Gedanken zur Weihnachtszeit... Verlasse ich euch heute, ähm... In den Tag. Habt einen schönen Tag. Und wenn euch irgendwas richtig frustriert... Richtig stört... Durchatmen und sagen... Bitch... Das muss jetzt nicht sein. Also... Das... Das hab ich jetzt echt nicht nötig. Und dann... Geht ihr einfach weg. Bis morgen. Ciao.